was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute rainbow six siege zu dem hitcher den pad den jewi und tiger sort und mit friezes alter festplatte entgegnet die festplatte war irgendwie die runde ja bei mir irgendwie auch hat weil ich haustappt bin den standort des bio gefahrgut behälter finden action jungs stimme die bude also archiv ist clear haben oben zugemacht kann sein dass puls auch oben was auch da dass sie dann von oben da kommen na ja ich guck schon bleib mal so stehen jetzt ist er vor allem an der mauer hier ja 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 jetzt 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 ich brenne ich habe nur noch 5 ich wollte ihn anzünden die sau ist auf der treppe äh hinten im archiv ist der drin in der tür links steht auch einer der steht links an der tür steht nicht hinten durch er sind zwei hinter dem archiv ja ja der puls steht bei der tür hier vorne ab ihn gut also den der hat im archiv hier hinten ja gut also der puls steht direkt links rum da stehen zwei denn zwei dann geh ich schon mal in raum rein komm mal schild ab 5 hp ja ja aber halt ein schild oh oh crazy alter links von dir pass auf wenn du reingest links schild stehn bleib stehn bleib stehn bleib stehn es ist einer links von dir in einer rechts findet ist sowas von lo den branche noch anpusten wir wollen wir action da kommt mir jetzt oh das ist aber richtig scheiße bevor ich sie versuche ihn zu holen bleib im tierraum bleib im tierraum ja eigener trug getötet schade ich habe gedacht ich hätte mehr zeit ich dachte ah das eingefahren hat das problem ist dass ich ich habe durch den spalt im pfeil durchschießen wollen von dir und vom vom fensterrahmen und ja das war wohl nicht unser hauptproblem war einfach dass wir fünf versucht haben an der selben stelle irgendwie rein zu kommen wir brauchten zwei wege absperren und das war es schon waren wir komplett ja deiner von uns hat eigentlich oben probiert ja schade schade aber ist ja noch nicht verloren wir müssen den bio gefahrgut behälter schützen ok ok der band abgeschlossen und hitscher ja dann sag doch an ja komm her 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 Ja. Die Entkommensmatte aus. Die Wand ist der Fälle, Leiter! Drohne down. Nö, das ist fiehl, ey. Die Drohne gegen die Gegner hat den Drogenabend der Älterkommel. Den Drogenabend der Älterkommel. Was macht ihr denn? Ich muss mal hier raus. Alle aufgrippen. Alle Schiehl. Oh, die Drohne hat mich so... Brauchst du nochmal ne Heilung? Ja, ich hab 61. Ja, komm her. Ja. Bitteschön. Wir hatten da jetzt... Warum? Ich wusste ja nicht, ob du noch ne Wand frei hast. Ja, die hast du aber kaputt gemacht. Hab ich nicht kaputt gemacht. Ja, irgendeiner hat die kaputt gemacht. Ja. 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 Ah lol! Ah, echt halt down. Ey, das kann nicht sein, ey. Das kann nicht sein. Kommt über die Akten rein. Ich hoffe nicht, geht der in die Falle rein, ey. Ich hoffe es so, ey. Ey, der ist schon drin. Der hat mich von mir geschossen. Der ist jetzt beim Schreibtisch da, wo die Kasselwand noch an der Tür ist. Bei meiner Leiche. Ja, super. Oh, das schaffe ich nicht. Ach. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Shit. Das kommt, du gehörst einfach nicht zu den Sturmtrocken. Ja, das hier aber auch in dem Raum ist, das ist schade. Naja. Ich dachte, die wären jetzt alle zu dritt da reingeh... Kannst du machen, nix. So. Gucken, was nen... Nix. Was die können, kann ich ja auch. Gut, dann nehm ich doch besser noch. Ja, wein mit. Putze. Hm. Ich hoffe, du scheust dich schön an. An den Ort des Bio-Gefahrgut-Behälters finden. Kann man da fahren, wo es wieder sind. Kann ich jetzt unten keller? Äh, ne, aktiv. Archiv. Aber selbe wie hier gerade. Gut gemacht. Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Ach, Torben. Ja, wir haben auf jeden Fall alle. Zehn Sekunden. Toll. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters. Einer draußen an. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Mach mal hier auf. Lass mich vor. Da ist glaube ich einer. Äh, Fuß. Am besten gehst du nach oben drüber, ne? Über Archiv. Streu-Sprengsatz eingesetzt. Toll. Oh, ja. Oh, Mann. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Dui. Äh. Warum seid ihr alle weg? Komm mal. Der kommt wahrscheinlich nicht einfach hoch jetzt. Vorsicht. Hast du ihn? Hier unten drunter. Komm drauf, komm drauf. Ist im Gang oben. Kannst du pushen. Hier recht rum. Hast du sie? Ja, ja, hab sie. Fuse mal runter. Hab ich nichts mehr. Hast keine mehr? Nein. Sprengbereich räumen. Becker. Er ist gerade raus. Jui unter dir ist aber einer. Ey, es ist nicht wahr. Ich bin doch noch zehn Kopf drauf. Nein. Er kommt. Er kommt. Er ist drin im Raum. Jui unter dir ist smoke. Boah. Da links ist offen, gell? Keine in den Raum ist smoke. Keine in den Raum ist smoke. rechts von dir ist er. Rechts von dir ist er. Hinten, links, hinten, links, hinten, links. Nein! Aaaaah. Verdammt. Aaaaah. Isch. Ach, schade, ich wollte ihn umrennen. Haben wir taktisch gesehen, hättest er einfach in der Ecke stehen bleiben können, ne? Ja, aber gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das liken nicht vergessen und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.